Musik 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 Toller Ball mit dem besseren Ende für Bache, um den tödlichen Schlag anzubringen. Auch Franziska hätte da schon vorher die Chance gehabt, aber schlussendlich macht Abessun. Eindrucksvoll abgewehrt von Abessun. Drei Satzbälle abgewehrt, das hat er schön gemacht. Da kann Franziska nur mehr sehr passiv mit der Rückenpunkt machen. Wenn du bekommst, das ist der Heimvorteil. Und wieder! Schön! Abgewehrt! Und wieder stark gespielt von Abessun. Und der Servicefehler von Franziska. Als jene von Patrick Franziska in der Entscheidung kommt jetzt... Wieder guter gelungener... ...und wieder stark gespielt von Abessun. ...dass sie nicht austauschen... ...und jetzt hat er noch ein besser vorbereitet... ...und den verwertet er! ...11 zu 8... ...und... 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 Mit den langen, schnellen Aufschlägen auf der Trainerbank der deutschen Tischtennis-Nationalmannschaft. Und jetzt der Fehler, aber entscheidet sich für die Verteidigung und verschlägt Daniel Habeson. Platziert und mit guter Qualität, das funktioniert hervorragend. Jetzt sehr gute Annahme von Habeson. Glück mit der Netzkante, aber der Punkt. Im Idealfall gegen den Matchverlust zu erwähnen. Da ist er schon im Bedrängnis mit der Rückhand, hat Glück, dass der Ball an... Und den hat er wirklich hervorragend gespielt. Nerven bewahrt Österreich mit 1 zu...